Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Erdbeischosswohnung befindet sich im Kreis Ahrweiler. Die Wohnung wurde 2001 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Bei einer Wohnfläche von ca. 53 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Erdgeschosswohnung auf 570 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.